Wir schicken Ihnen ein Heli, wenn Sie fertig sind. Wir konnten Agent Barkers nicht habhaft werden. Wir wissen nicht, was Sie erwartet. Deshalb hat Belle Sie vor den Gärten abgesetzt. Ihre Mission ist klar. Finden Sie einen Weg auf das Gelände, um es zu sichern. Sichern Sie den Garten, in dem Sie das Geschick ausscheiden. Feier erkannt. Vorsicht, Agent. Das sind Cleaners. Schalten Sie sie aus und sichern Sie den Garten. Wie haben die das Ding transportiert? Die Cleaners haben einen Nachfallmörser. Jetzt weiß ich, warum der Kontakt zu Barker weg ist. Gut gemacht, Agent. Die Geschütze sind hin. Sichern Sie den Bereich, um zum Tor zu gelangen. Vorsicht, Agent. Diese Cleaners haben wohl ein neues Treibstoffsystem. Die tragen nicht die normale Ausrüstung. Wenn Sie deren Tanks hochjagen wollten, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen, um sie zu eliminieren. Mist. Von hier kommen Sie nicht weiter. Sehen Sie im Hof nach. Dort sollte ein Tor sein. Die Cleaners sind hier langgekommen, aber sie haben nicht aufgeräumt. Seltsam. Das ist gar nicht das Ziel. Das stimmt was nicht. Wenn Sie die Zivilisten noch finden wollen, müssen Sie das Anwesen sichern. Beeilung. Ist das ein Drache? Was hatten die vor, verdammt? Vorsicht, Agent. Das ist eine Falle. Die Cleaners kommen. Vorsicht. Sie wollen zum Truck. Das ist eine Bombe. Sie haben meinen Helmverkauf. Sie haben meinen Helmverkauf. Lassen Sie mich durch. Mach den Panzer unschädlich. Schick Sie zur Hölle. Schick Sie zur Hölle. Schick Sie zur Hölle. rote sturmadrone entdeckt feindliche stürmerdrohne entdeckt sie können jetzt weiter zum haupturm hoffentlich kommen sie von hier aufs anwesen gegner entdeckt ist noch einer der will zum truck halten sie den cleaner auf tut mir leid das waren jetzt wohl alle gehen sie durchs tour ähm die vision agents hören sie mich ähm hier spricht mackenzie merritt cleaners greifen uns an wir haben schwere verluste die überlebenden sind im panikraum ich weiß nicht wie lange wir uns hier halten ich verfolge sie mit hilfe der überwachungskameras und bloße sie her hey meg hier sie haben die bücherei gefunden sehr gut links vom gemälde über dem kamin ist ein buch auf dem dritten regal können sie sich das merken ziehen sie dran um den geheimeingang zu öffnen sie müssen sich beeilen und die zivilisten vor den cleaners finden tut mir leid wenn ich sie erschreckt habe agent das war ich jemand versucht in den trisor raum zu kommen die ausgeschaltet hat er hat spezielles benzin die flammen haben eine komische farbe und verbrennen alles in ihrem weg seien sie vorsichtig agent sie müssen den cleaner ausschalten hier könnte gleich alles in flammen aufgehen und wenn das feuer sie nicht killt dann der sauerstoff mann ist ohne seine rüstung ist er nur ein normaler typ ein ziemlich heißer zwar aber auch nur ein mensch das ist ihre chance weiter finden sie den trisor raum und bringen sie die überlebenden da raus vielen dank für die rettung agent ich glaube die trisortür wurde beim angriff beschädigt die belüftung funktioniert noch wir können also hier ausharren wir warten dann bis sie bereit sind uns zu verteidigen sie werden kräftige kiefer oder sprengstoff brauchen um sich hier durchzubeißen obwohl ich mir nicht sicher bin ob sprengstoff hier die beste idee ist vielen dank und viel glück mit den lovebirds lovebirds? zum glück haben die cleaners nicht alles zum einstürzen die cleaners wollen den tunnel aufsteigen die cleaners haben das anwesen über die gärten und die tunnel angegriffen in der nähe sollte ein tor sein das in den garten führt gegnerisches funksignal abgefangen so weit ist wohl ausgebrannt wir machen das schatz diese agents sitzen fest die Qualcommstelle die who ist also die 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 anwes die 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 ist die Gute Arbeit, Agent. Sie haben den Ort gesichert. Das Sanitätsteam kann nun landen und die Überlebenden nach Haven bringen. Untertitelung des ZDF, 2020